Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Uncharted 2. Heute besuche ich euch, begrüße ich euch mal aus dem Schätze-Menü. Und zwar, ihr seht, wir haben einen neuen Schatz, und zwar die Tiger-Glocke aus Bronze. Weil ich habe mich am Ende der letzten Aufnahme-Session noch ein bisschen rangefuchst und wollte den einen Sprung schaffen, weil... Wie kommt man sonst zu der einen Stelle? Dort hinten, und zwar, ich zeige es euch. Dort hinten, wie kommt man da sonst hin? Und dann habe ich es geschafft, und das ist dann passiert. Ja, so habe ich dann einen weiteren Schatz gefunden. Das passiert viel zu selten, dass man sicher mal am Ende einer Aufnahme-Session an so einem jetzt geclearten Ort umschauen kann. Aber egal, wollte ich euch nur mal kurz verraten, dass ich das gemacht habe. So, und jetzt geht's weiter. Das geschissen schmale Brett hier drüber joggen. Wehe, Elena, rammt mich jetzt von dem Brett. Gut. Halt, bleib stehen! Genau hinter dir! Was ist denn der? Oh, fuck! Naus! Naus weiter! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, shit! Okay, schnell, klettern! Rechts, rechts rum, rechts rum. Und hoch. Da hoch. Und jetzt da rüber. Holy fuck! Nein, 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 nein. Alter! Müssen wir hier eigentlich verorschen, hier mit dem Klettern? Genau. So, und? Scheiße, rüber. Hier hoch. Ja, ach schon. Los, komm! Nimm meine Hand! Okay. Zieh mich hoch. Zieh mich hoch, zieh mich hoch. Bei dir überquere ich keine Brücke mehr. Okay. Holy shit! Da haben wir einfach mal alles, was wir bis jetzt gemacht haben, hinter uns gelassen. Finde ich gut. Alles bis jetzt war irgendwie für ein Arsch. Da kommt man auch irgendwie herunter. Egal. Achso, oder ne? Hä? Achso, hier geht's weiter wahrscheinlich. Wir müssen die Türen öffnen. Okay. Na los, hilf mir mal. Ah. Wow. Oh. Oh. Das ist ja überhaupt nicht creepy. Selbstschließmechanismen. Vorsichtig. Genau hinter dir. Es ist eher ein bisschen creepy, als dass es nützlich ist. Oh. Zurück. Da ist Lazariewicz. Aufpassen! Augen auf! Wo ist Schäfer? Ich weiß nicht. Sie halten ihn bestimmt da oben fest. Hm. Ja, okay. Okay, nix mit Schleichen. Am Arsch. Immerhin ist... Okay, das Gebiet ist doch sehr großräumig. Okay. Aber macht nix. Immerhin keine schmalen Brücken und noch keine Raketenwerfer. Jetzt habe ich es wahrscheinlich verschrien, aber... Macht nix. So. Waren das erst mal alle? Kann ich gar nicht glauben. Ah, shit. Oh, fuck, nein. Böser Raketenwerfertyp. So. Mist. Wo? Da war noch einer mit, genau. Noch einer? Wo? Ah, shit. Da. Okay, das ist nicht gut. Deckung. Deckung wo? Also unter mir, okay. Oh. Das ist nicht gut, okay. Ich bin tot. Oder zumindest verwundet. Warum habt ihr alle diese Drecks, Desert Eagles? Hier. Ich will auch eine. Oh. Da ist irgendwas explodiert und das war ich nicht. Elena, gut gemacht. Nein. Nein, nein, nein. Das ist ganz schlecht, was hier passiert. Shit. Am Arsch. Fuck. Wo kommt's hier denn? Ah, okay. Ah, scheiße, ist einer von den Großen. Bewegung! Haha. Dem habe ich genau die Granate in die Fresse. Oh, das war gut. Nee. Oh. Okay, Sekunde. Ich muss mir erstmal ein bisschen... ...bisschen hier umschauen und anderen Stuff machen. Zum Beispiel Munition sammeln. Weil davon, glaube ich, habe ich gerade sehr wenig. Ja, sehr, sehr wenig. Oh, hier ist ein Raketenwerfer. Ja, gut. Ist immerhin besser als 20 Schuss von einer normalen Waffe. Wobei, ja. Hier, das ist gut. Ah, nee. Nehmen wir doch lieber eine normale Waffe. Äh. Nein, nicht die. Ja. Das sieht man hier durch den Schnee kaum, dieses... ...ob das jetzt eine neue Waffe ist oder... ...was anderes. Egal. Ja. Ah, hier hinten gibt's doch garantiert was. Ja, hier, oder? Hä? Ja, Typ, öffnen Sie das Tor, das weiß ich. Oder... ...glaub ich zu wissen, aber... ...hier schaut es so aus, als gäbe's hier was Cooles. Wenn auch nur ein Präzisionsgewehr. Muni? Noch ein Präzisionsgewehr. Ach so, hier ist nur... Moment, da war ich doch gerade, oder? Habe ich mich da nicht gerade verschanzt? Nee, hier habe ich mich doch eh verschan... Okay. Okay, ich bin vollkommen... ...vollkommen geografisch... ...also, nicht geografisch, aber halt, wo ich bin... ...vollkommen verwirrt. Macht nix. Weiter geht's. Hier durch. Ja, ich dachte, wir müssen das zusammen machen, aber okay. Mach ich halt allein die Arbeit. Jo, gut, weiter. Das schaut... ...unsicher aus, um es mal nett auszudrücken. Hier kommen garantiert, oder? Nee, hier kommen keine. Oh, wir können aber Elena helfen. Schön. Was heißt... Jetzt mehr runter, wenn du oben bist. Was heißt denn... Oh, nein. Ich meinte nicht wörtlich. Oh. Warte, warte. Zurück, zurück, zurück. Okay. Extra. Lieferung. Hast du gedacht? Gute Idee. Aber reicht das für die Höhe? Hm, egal. Auf jeden Fall. Es ist nicht wie bei der Feuerleiter. Das ist eine Feuerleiter. Nur als kleine Info. Okay, es klappt tatsächlich. Oh, so jetzt. Okay. Wir sind, glaube ich, wirklich mehr... Wir sind, glaube ich, wirklich mehr Affe als Mensch. Okay, ist da oben was? Oh. Okay, okay. Ich will es. Ich soll da nicht lang. Verstehe. Verstehe. Okay. Alter, Elena. Elena, du bist hier schon vorgegangen? What the fuck? Okay. Okay. Jesus. Okay. Hey, hey, hey. Schalt jetzt die Augen offen. Okay. Halt den Kopf und... Und... Pass auf. Wo? Du bist erledigt. Oh nein! Okay, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, wisst ihr was? Geht's mir nicht am Sack. Nein, das ist ganz schlecht. Okay, ich kann mich vielleicht nicht ewig verstecken, aber lang genug, dass meine Gesundheit geheilt ist. Okay, das ist nicht so schlimm. Ja, Helene. So, vom Schritt bis zum Kopf durchgeballert. Kassier! Ach, man weiß, kann ich nicht ewig nochmal. Ich habe es nicht genau verstanden. Wiederhol dich bitte. Ein Einsatzschild wäre schon cool, aber das bringt so selten was. Geht's da hoch? Klettern? Oh, kann man tatsächlich. Nice. Kann ich hier irgendwie Special Position beziehen, oder? Na gut, ich komme hier hoch, aber. Okay, geht's hier oben weiter, oder? Hä? Achso, okay, mein. Was ist das? Hat denn das für einen Sinn? Keine Ahnung. Kann man aber nicht ohne Grund... Ohne Grund hochklettern. Hier hochklettern, sag ich. Ah! Hä? Oh! Hä? Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Noch ein Schatz. Nice. 48 schon. Nice. Antiker Bronze-Löwe. Wenn man ein bisschen mit offenen Augen... Ich dachte, ich frage jetzt. Wenn man mit ein bisschen offenen Augen hier durchläuft, dann... Kann das schon was werden? Ich hätte jetzt nur gern noch ein bisschen Money, weil ich hab grad wenig. Hier? Nein, hier war grad irgendwo... Ja, hier. Hier, irgendwo. Hier war doch grad scheiß Money. Nicht... Hier! Genau. Ah, aber für die. Schade. Gut, dann weiter hier. Wo ist Lazarie? Komm, von mir nach! Ja, der war hier irgendwo. Also nicht hier. Ich schau euch nur, ob's was gibt. Ah, hier oben ist der gestanden, oder? Hier und der hat gesagt... Waa 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 waa. Also, nicht wörtlich, aber... Ich denke, versteht. Ich glaub, teilweise kommt man hier... Ja, ja, ich weiß. Sekunde, ich möchte nur kurz hier lang... Warum auch immer? Wo? Nö, kein Schatz. The fuck. Ich dachte, oh, mies jemand. Das wäre schon heftig. Okay, hier ist auch nichts. Schade. Hm, Moment. Ich meine, ja, ich suche vielleicht gerade im Moment viel nach Schätzen, aber keine Ahnung. Hier in dem Kloster hat man irgendwie so den Vibe. Viele Schätze. Ich weiß auch nicht, warum. Egal. Ah, damn it. Oh, Wiedervereinigung. Wenn das nicht mal ein bisschen Spoiler ist. Fuck. Nein, nicht mir hier die... Hä? Okay, das macht mir nix. Okay, das macht mir schon was. Lass mich hier ganz kurz regenerieren. Das geht jetzt. Oh, danke. Warum auch immer der jetzt auf einmal verreckt ist, ich weiß es nicht. Scheiße. Scheiße. Eine Sache, ich spiele auf normal. Es gibt drei Schwierigkeitsgrade darüber. Ich frage mich, wie die dann sind. Ich will es allerdings eigentlich gar nicht wissen. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich habe seine Waffe droppen gesehen. Nee, hier nicht. Aber da sind viele Waffen und ich glaube, ich habe gerade viel verschossen. Mhm. Oh, Panzerfaust. Wie viel... Wie viel Schuss? So gefällt mir der. Ein Schuss braucht ja keine Sau. Außer den Panzerschützen, um mich instant wegzumachen. Das finde ich auch irgendwie ein bisschen unfair. Aber okay. Was ich unfair finde... Guck mal jetzt so hoch über die Ding. Weil... Ach so, nee, hier ist... Ah, hier ist noch Muni und so. Oh. Ach so, das ist dasselbe Gartenkirchenwerfer. Ich dachte, wenn ich zwei Schuss habe... Hm, vielleicht. Ah, Mensch. Bitte nicht. Wo? Bitte sagen nicht, dass ich jetzt nochmal von unten... Oh, nein. Okay, jetzt ist quasi die zweite Welle, die eigentlich von oben bestimmt ist. Und jetzt bin ich aber unten. Das finde ich gar nicht so schlecht. Guck, bist du nicht... Wobei, nee. Nee, nee, das ist das von gerade. Ah. Okay. Ah, gezielte Kopfschüsse. In Deckung! Alter! Warum hatzen hier so viele verschissene Granaten? Okay, dann sterbt. Oh, den Raketenwerfer-Type habe ich scheinbar beim letzten Mal instant ausgeschaltet. Wo denn? Achso, da oben. Okay. Vielleicht sollte ich mir eher die nehmen. Eine Instant-Kill-Waffe ist möglicherweise doch gar nicht so schlecht. Und jetzt würde ich gerne wissen, was mich gerade getötet hat. Also, Feinde, schon klar. Aber von wo? Vor allen Dingen hier bei der Treppe. Okay. Okay. Hängt da so geil ab, der? Falls ihr's gerade gesehen habt. Zeig's euch nochmal. Ja, das ist ja schon wirklich scheiße. So, ich hoffe, du hast da gerade... Äh, genau. Granate. Am Arsch! Oh, nein! Nein, Alter! Okay, ich glaube, ich werde hier einen Cut machen. Alter, ich hasse diese ewig langen Sequenzen mit ultra vielen Feinden. Ich meine, ich will das nicht auf einfach spielen, aber... Ich habe mir... Ich stelle mir ehrlich gesagt, war das einfach mehr so was wie ein Lauf-Simulator ist. Aber nicht tot. Ich meine, dass es nicht dazu ist. Und es sollte es auch nicht sein. Ha! Am Arsch! Nein, nein, das ist jetzt ganz schlecht. Weißt du, ich hasse diese Stellen. Ah! Er tappt! In Deckung! Zurück! Ich bin groß. Scheibenkleister! Warum wird das jetzt mit der Zeit schwerer? Werde ich unkonzentrierter, oder? Ich will doch einfach nur eine Deckung, wo man mich nicht töten kann. Ich sollte mir... Das hier für den großen Typen hier aufspannen. Genau, für den. Genau. Okay, das ist nicht so schlimm. Bombenwerfer-Meister, ja. Mir wäre es irgendwie lieber, wenn ich hier durchkommen würde, anstatt hier mit einem kleinen Trophäe zu bekommen. Okay, das passt. Ja, ja. Ja. Okay. Ah, okay. Ist es wirklich die Frage? Sollte ich mir vielleicht den Panzerschreck nehmen? Wobei, das ist halt die große Waffe. Das ist halt scheiße. Und hier ist jetzt halt auch kein Speicherpunkt. Wo eine... Weißt du was? Ich mach den hier und mach den hier. Das könnte jetzt zumindest funktionieren. Nein, das ist schlecht. Okay, jetzt muss ich eigentlich nur kurz warten. Bis der eine Typ hier runterspringt. Dann wird er garantiert wieder runterkommen, oder? Ja. Okay, ne, wisst ihr was? Ich werde mich jetzt eher hier positionieren. Ich habe es gesagt, irgendwas wie Schiss. Nein, 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 nein Bitte sag das. Wann das alle? Ich will jetzt nicht von dem Letzten weggemacht werden. Vor allen Dingen, wenn das irgendwie ein scheiß Kakett-Mirfer-Typ oder so wäre, würde ich mich gerade irgendwie so ein bisschen sehr aufregen. Es scheint aber alles gewesen zu sein. Wo? Da. Da gibt's nur welche. Ich trau dem Frieden nicht. Ich trau dem Frieden einfach nicht. Scheiß auf Schätze hier. Ihr will garantiert noch wer Böses von mir. Gut, ich würde aber sagen, ja, das wäre es soweit für diese Folge, beziehungsweise, weil ich jetzt hier so oft verreckt bin, mache ich jetzt nur ein klein bisschen länger. Okay. Achso. Hm. Sollte ich vielleicht da hoch? Achso, ja, da oben ist das Ding, aber hier geht's auch weiter. Waren das jetzt alle? Das wäre irgendwie sauschön. Das waren alle, oder? Mein Gott. Okay, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal gehen wir da oben rein. Oh, die Sonne scheint da sogar richtig geil ins Bild rein. Ja, dann würde ich sagen, schöner Abschluss. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Uncharted 2, wenn wir dann höchstwahrscheinlich Schäfer wiedersehen werden. Und bis dahin sage ich Tschüss, Leute.